Anderthalb Jahre habe ich keine Videos mehr hochgeladen. Was passiert und wie geht es hier weiter? Das möchte ich in diesem Video klären. Deswegen schnappt euch einen Tee, Kaffee, was auch immer und hört mir zu. Und alles fing mit der Story an, dass ich, naja, von meiner freiberuflichen Tätigkeit in der Anstellung gewechselt bin, weil ich, naja, A, mit YouTube nicht viel verdiene und B, mit meinen ganzen Presets nicht so viel verdiene. Denn auch wenn ich Presets verkaufe für DaVinci Resolve, war das nie mein Hauptding. Deswegen sind auch alle meine Presets auf der Webseite, die ich gebaut habe, irgendwie immer for free. Naja, auf jeden Fall, 2022 habe ich halt angefangen, mich anstellen zu lassen und arbeite seitdem her auch weiterhin jetzt als Streaming-Techniker in der Firma. Und das gefällt mir sehr gut. Ich mag das Team. Es läuft super. Und genau wegen dieser Vollzeitarbeit hatte ich wirklich am Ende wenig Zeit für YouTube. Weil ich ja nebenbei immer noch Passion-Projects gemacht hatte und immer noch, naja, Aufträge abgearbeitet habe. Und 2023 war so ein richtig hartes Arbeitsjahr. Und die, die mir folgen, die wissen, dass ich 2023 das letzte Video hier auf diesem Kanal hochgeladen habe, was ein YouTube-Short war, der einfach mal ein Experiment für mich war. Und 2023 war auch noch ein anderes Jahr, was mich sehr getroffen hat. Abgesehen von Arbeit und so weiter ist Video-KI wirklich in aller Munde gewesen. Auch schon 2022, ohne Frage. Aber die generative Video-KI hat bei mir eine sehr, sehr tiefe Narbe hinterlassen. Und eine Narbe im Sinne von, was macht es mit mir als Identität-Video-Mensch? Werde ich ersetzt? Kann ich jetzt bessere Videos machen? Schnellere Videos? Coolere Transitions? Weil all das geht ja. Aber wie geht es mir damit? Und die Frage möchte ich jedem stellen. Denn die Kredibilität des Mediums-Video hat ab dem Zeitpunkt in meiner Wahrnehmung ein bisschen gelitten. Weil Deepfakes von Leuten rumgegangen sind. Und weil es auch Sachen sind, womit man Leuten schaden kann. Und das hat viel mit mir gemacht. Und deswegen bin ich in ein tiefes Loch gefallen, was das Produzieren von Videos im Allgemeinen angeht. Und das mit dem KI-Thema hat mich nicht so losgelassen. Und ich weiß nicht, vielleicht schreibst du mir mal einfach in die Kommentare, wie es dir damit geht. Was denkst du zu KI und Video in der Zukunft? Und obwohl ich so viel Zeug gemacht habe und es mir verdammt Spaß gemacht hat, hat dieses KI-Thema und dieses Tief mich nicht wirklich losgelassen. Und du stellst dir jetzt sicherlich die Frage, was hat sich dann jetzt geändert? Eines Tages habe ich einen Anruf von dem Typen hier bekommen. Ich bin Paulo, auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmmaking, Technik-Reviews, so wie das hier. Oder auch da Vinci Resolve-Tutorials. So, wenn das was ist, was dich interessiert, dann gerne liken, ja, subscriben, abonnieren. Das hilft mir hier wirklich sehr. Ich war mit Paulo schon länger in Kontakt, aber er hatte mich einfach mal gefragt, ob ich Speaker bei einem Creator-Event sein will, was er auf die Beine stellt. Und ohne Scheiß, schaut euch das Line-Up an. Andreas Abt, Mike Suminski, The Vision, Marius Melinski, Ferdi. Also, noch viele weitere. Natürlich auch mich, weil er hat mich gefragt und ich möchte auf jeden Fall mit beisteuern, weil mein Wissen zu teilen war schon immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und weil Paulo mich zu diesem Speaker-Event eingeladen hat, habe ich noch viel mehr Bock, wieder zurückzukommen. Und er hat mir gestattet, drei von euch dazu kostenfrei einzuladen. Und das machen wir in der Verlosung. Wie die kommt, dazu kommt noch ein eigenes Video, da muss ich mir nochmal durchlesen, aber ich wollte jetzt erstmal dieses Video hier raushauen. Das letzte Jahr war wirklich nicht leicht für mich. Und ich werde all die Dinge, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren gelernt habe, irgendwie hier mit auf den Kanal bringen. Und es wird hier und da ein paar Videos geben, wie man OBS und Companion benutzt, falls jemand aus dem Streaming-Bereich kommt, der wird wissen, was Companion ist. Aber jetzt, jetzt gehe ich erstmal ins Bett. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wenn du irgendein cooles Video angucken willst, dann schau dir das Ende von diesem Video hier an. Ich finde das Video richtig Hammer. Es ist eins meiner coolsten Videos, weil es am Ende richtig lustig wird. Dann schau dir doch mal drauf. Untertitelung des ZDF, 2020